Heute Abend wird es passieren, das erste Mal seit Dezember 2018 wird die Notenbank in den USA die Zinsen erhöhen. Was das für den Markt vorher schon bedeutet hat, das sehen wir hier. Der S&P ist deutlich unter seiner 200-Tage-Linie. Da kann auch diese kleine Relief-Rallye der letzten Tage nicht viel dran ändern. Ich bin ja gerade massiv long, werde das im Live-Trading und auch im Algo-Investor gleich noch zeigen. Strategien wie heiße Hexen, Turnaround Tuesday oder auch vor der Fed Long geben hier ein Signal. Wie gesagt, auch im anfangenden Bärenmarkt sind durchaus diese Bounces immer wieder gut zu handeln. Ich glaube aber fest daran, dass wir Mitte des Jahres auch nochmal tiefere Kurse sehen. Nicht nur hier im S&P, sondern auch im DAX. Wir schauen uns in dem Video kurz die Merkel an. Ich spreche über die wichtigsten Tendenzen. Natürlich aktuell die Erholung bei den Aktien, aber auch der Rückgang bei den Rohstoffen. Da hatte ich vor einer Woche ja auch das Video zu gemacht. Diese super Backwardation, die wir gesehen haben, nicht nur in Öl- und Agrarrohstoffen, sondern auch bei anderen. Und die löst sich langsam auf. Das ist durchaus normal. Das heißt nicht, dass der Commodity-Cycle jetzt zu Ende ist und Rohstoffe nur noch fallen. Das bedeutet einfach nur, dass politisch etwas mehr Ruhe reingekommen ist in der Ukraine. Was durchaus normal ist und die richtig großen Trends, wie immer, die funktionieren gerade am Online-Markt. Auch darauf werde ich kurz zu sprechen kommen und in dem Video gebe ich den Überblick und natürlich dann auch den Einblick in das Live-Depot mit den aktuellen Positionen, wo es ja auch seit Jahresanfang sehr, sehr gut läuft und wo du vielleicht die eine oder andere Strategie und Idee auch hier vom Kanal aufschnappst. Aufschnappst mir gerne dafür den falsche Hand, den Daumen nach oben da lässt, wenn du magst und auch den Kanal empfiehlst und dadurch dein eigenes Investment und Trading verbesserst. Ja, der Jahresauftakt im S&P nicht sonderlich gut. Der viert schlechteste Jahresauftakt seit 1920. Da zeige ich dir auch gleich die Statistik. Die 200-Tage-Linie ist unterschritten. Year-to-date sind wir im negativen Bereich. Und meine Schwiegereltern sind auch glücklich, weil fünf Tage bestimmt das Börsenjahr auch dieses Jahr ein Verkaufssignal gegeben hat. Trotzdem, trotz diesem 11% Rückgang sind natürlich Bounces immer wieder möglich. Wie gesagt, aktuell sind wir ja an einem. Woran liegt das? Auf der einen Seite wahrscheinlich an der Entspannung in der Ukraine. Auf der anderen Seite, und das glaube ich noch viel mehr, natürlich am Optionsverfall am Freitag. Wir haben ja den großen Verfall, den ersten großen Verfall in diesem Jahr. Und diese großen Verfallstage sind dann eben auch Magneten. Der Maximum-Pain liegt deutlich über dem aktuellen Niveau im DAX, aber auch hier im S&P. Bedeutet also, die Optionshändler nutzen das Momentum, was man jetzt mit der Erholung sieht. Insbesondere hier natürlich auch die Kommentare vom Wochenende von Wladimir Putin, der eine Annäherung sieht. Die nach wie vor laufenden Gespräche, trotz der weiterkriegerischen Handlungen in der Ukraine und natürlich auch der fallenden Rohstoffe, bringt hier so ein bisschen Ruhe rein. Und das vor dem Optionsverfall führt wahrscheinlich jetzt in dieser Woche, zumindest gestern und heute, zu diesem temporären Anstieg. Denen die Märkte nutzen, um eben auch etwas Kapital und Liquidität aufzunehmen. Insbesondere der DAX hat hier natürlich deutlich auch gebounced. 12.500 waren wir im Tief. Deutlich im Bärenmarkt seit Jahresanfang schon gewesen. 24% verloren. Mittlerweile 10% wieder gestiegen. Über 13.000. Heute auch Potenzial für einen Short-Superstar. Fünf Tage bestimmt das Börsenjahr waren im Plus. 200-Tage-Linie und Year-to-Date sind im Minus. Also hier, das ist eine Schwalbe, aber kein Sommer, wie es so schön heißt. Wenn wir uns das im kurzfristigen Trading mal angucken, dann sehen wir auch, ja, das ist ein Bounce. Aber hier, wie mein Kollege Rüdiger Born das immer sagt, dynamisch runter, wackelig hoch. Das ist klassisch in der Trendfolge. Alles andere als eine Umkehr. Ja, die meisten haben gelernt, wenn du sowas im Chart gesehen hast, 2019, aber auch 2020 oder natürlich 2021, dann war das immer hier der klassische Buy the Dip. Und einen gesteigen jetzt auch noch ein. Das sieht man auch, auch im Sentiment. Ich glaube aber, dass diese Bewegung maximal noch bis Ende April trägt. Wahrscheinlich auch nicht an die alten Hochs. Wahrscheinlich auch nicht mal Richtung 15.500 hochtragen wird, sondern dass die wahrscheinlich schon schneller abverkauft wird. Und insbesondere auch, wenn der Verfall vorbei ist, am Freitag, 12, 13 und 17 Uhr. Je nachdem, ob DAX, Euro-Stocks oder S&P ist es soweit. Und da muss der Markt sich wirklich beweisen. Wie gesagt, diese Woche sind wir ein bisschen durch die Optionsdaten gestützt. Aber, wie gesagt, man kann, wenn man solche Bounces tradet, auch mal schnell 10% machen. Sollte sich nur bewusst sein, zumindest in meiner Welt, dass es hier nicht die ganz großen Trendwänden sind. Warum ist das so? Was ist der große Elefant im Raum? Wie gesagt, es ist nicht der Ölmarkt, der natürlich hier auch deutlich korrigiert hat. Wie gesagt, ich hatte das Video auch hier gemacht. Die Parameter sind immer noch long. Es sieht langfristig immer noch sehr gut aus. Ich werde am Freitag dann auch eine Long-Position probieren zum Verfall. Am Freitag gehen die Rohstoffe ja überproportional hoch. Aber hier, was war passiert? Lagerbestände dann auf einmal deutlich höher. Und natürlich auch nach 100% Performance, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, innerhalb von einem Jahr. Und in Verdoppler und seit Jahresanfang auch, waren wir in der Spitze bei 70%, dann mal 30% abzugeben. Ist normal? Ist das jetzt die Trendumkehr, nur weil das so eine Art V nach oben ist? Glaube ich persönlich nicht. Makroökonomisch gibt es genug Gründe, insbesondere Inflation, dass hier der Trend auch weitergeht. Deswegen würde ich hier auch bei den Rohstoffen im Investment noch nicht. Die Notbremse ziehen, ja, im Trading kann man da ein bisschen was machen. Aber ich nutze das eher im Rücksetzer, um Agrar- und auch Energierohstoffe long zu gehen. Am Freitag Gold halte ich mich ein bisschen zurück. Im Algo bin ich ja auch immer dabei mit dem Friday Gold Rush. Aber im diskretionären Trading spiele ich das gerade eher. In anderen Futures, insbesondere eben hier im Ölmarkt, werde ich mich am Freitag dann engagieren. Und was ich gerade schon mache und was ich schon im Engagement habe, wie ich damit umgehe, dazu gleich mehr. Vorher noch der für mich wichtigste Markt, wenn ich mir hier die Renten anschaue, haben wir ja viel zu wenigeren Blick drauf. Dann sehe ich eben auch, das ist ein wirkliches V. Das ist, was viel interessanter ist. Die Bundesrenditen, und da hatte ich auch das Video zu gemacht, sind von minus 10 Basispunkte auf plus 40 hoch. Das ist brutal. Das ist ein Game Changer. Das ist ein Trendwechsel. Also das ist tatsächlich das, wo die Musik spielt. Und das ist auch das, warum ich im Sommer nicht so positiv gestimmt bin. Ich glaube, es wird ähnlich wie 2008 im Börsenjahr. Also es wird hier eher auch ein sehr, sehr schweres Börsenjahr. Ja, und das ist die Trendwende am Rentenmarkt, die der eine oder andere schon vor drei, vier, fünf Jahren gesehen hat. Das ist die Trendwende aufgrund der Inflation und auch der regierenden Notenbanken. Wie gesagt, heute Abend werden wir wahrscheinlich nur 25 Basispunkte sehen. Das preisen die Geldmarktfutures ein. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn wir auch 50 sehen. Das war ja meine ursprüngliche Idee auch schon vor vier Wochen. Dann kam der Ukraine-Krieg so ein bisschen dazwischen. Ich glaube aber, dass diese 50 Basispunkte nicht völlig ausgeschlossen sind. Schauen wir uns nochmal kurz die 10-jährigen Renditen in Italien an. Finde ich auch immer sehr spannend. Auch so ein bisschen die Idee, was die EZB macht und wie sie es macht. Hier sehen wir auch 1,94%. Also auch deutlicher Anstieg. Da bin ich ja auch positioniert. Hat im Trading auch den Rücksetzer genutzt, um die Position Short BTP Futures größer zu machen. Auch im Rendite-Spread kann man das relativ schön erkennen, dass hier die Kacke am Dampfen ist. Wir haben zwar hier mit der Entspannung in den Aktienmärkten einen kurzen Rücksetzer gesehen, aber auch hier, das ist für mich ein Trendbruch. Also hier die EZB hat seit einem halben Jahr schon dazu beigetragen, dass die Spreads hochgehen. Das ist ein Risiko und das wird eben die Aktienmärkte auch langfristig deutlich, deutlich unter Druck setzen. Und der Markt, den man sich da unbedingt angucken sollte, das sind natürlich hier die Treasuries. Hier sind wir über die 2%-Marke hinausgelaufen. So wie ich es ja auch gesagt hatte, 2,50 wäre so mein Take Profit für die Short Position, die ich seit 1% habe, die ich am Marktausblick auch immer wieder klar und deutlich kommuniziere, wo du auch inverse ETFs nutzen kannst. Und Gefahr für die Aktienmärkte ab 2%. Da gehen wir drüber. Heute, wie gesagt, ein bisschen die Erwartung, dass die FED nur 25 Basispunkte macht, auch vielleicht ein bisschen dauerischer kommt. Ich glaube, ähnlich wie die EZB wird die FED diese Erwartung enttäuschen. Aber trotzdem, der Markt feiert das auch wegen dem Optionsverfall. Da ziehen sich die Marken gerade nach oben. Und steigende Zinsen sind eben schlecht, weil Finanzierungskosten erhöht werden, weil Alternativanlagen wieder vorhanden sind und weil die Bewertungen damit auch fallen. bedeutet also hier Obacht, was die FED macht, Obacht, was Jerome Paul sagt. Und Obacht heute nicht um 20 Uhr, sondern schon um 19 Uhr in deutscher Zeit und 19.30 Uhr dann die Pressekonferenz. Und auf dieser Chart spricht Bände, die zweijährigen Renditen in den USA. Hier der kurze Rücksetzer, kaum sichtbar im Wochenchart, wenn wir auf den Tagesschart gehen. Hier kurzer Rücksetzer mit dem Ukraine-Krieg. Und mittlerweile wird für zwei Jahre eingepreist, dass in zwei Jahren der Zinssatz bei 1,8 steht. Also hier sechs, sieben Zinsschritte, nicht nur dieses Jahr, sondern auch das Jahr darauf nochmal weitere Zinsschritte kommen. Und das liegt natürlich an der Inflation, die auf einem 40-Jahres-Hoch ist. Deswegen heute Abend die FED spannend. Hier noch ein bisschen Statistik, das liebe ich ja. Wie sind die 48 ersten Börsentage gewesen, von 28 bis aktuell? Momentan haben wir den viert schlechtesten Börsen stark gesehen. Die Zahlen sind hier von vorgestern. Und ja, 11,8 Prozent im Minus. Und wir hatten es dreimal schlechter, 35, 20 und 2009. Hier 2009 waren wir mit 17 Prozent im schlechtesten Jahresstart, 15 und 14. Danach immer nochmal deutliches Plus. Also hier nach diesem Tief sozusagen ging es dann deutlich nach oben. Die Ausnahmen, und die sehe ich so ein bisschen 2001 oder 2008. Warum würde ich diese beiden Referenzwerte eher sehen? Einfach, weil das extrem ähnliche Situationen am Rentenmarkt waren. Die Notenbank hat angefangen zu erhöhen. Wir hatten eine gestiegene Inflation. Und ich denke nicht, dass wir hier nochmal ein Szenario wie 2020 sehen, was natürlich auch Corona-bedingt in der Erholungsrallye sehr groß war. Oder auch 2009, was ja das Ende der Lehman Brothers Krise war, mit deutlich günstigeren Bewertungen, wo ja 2008 die Kurse auch deutlich gefallen sind. Deswegen, und der Rentenmarkt sich schon bereinigt hatte, deswegen sehe ich das hier eher wie 2008 oder auch 2001. Muss jetzt nicht der große Minus 50 Prozent Crash werden, aber im Sommer erwarte ich definitiv keine deutlich ansteigenden Aktien. Dafür sind die Alternativen mit den Renten einfach zu attraktiv. Wie positioniere ich mich? Hier siehst du das aktuelle Live-Trading. Wie gesagt, das läuft da sehr, sehr gut. Das sind die Strategien, die ich eben auch regelmäßig ausbilde. In Bitcoin Cash habe ich ja schon sehr lange short, die Position ganz oben. Stop Loss und Take Profit hier sehr weit auseinander noch. Hat sich jetzt nicht so viel getan in den letzten Wochen. Bitcoin hatte ich mal in Take Profit genommen. Ist für mich eine Trading-Position und solange wir unter den exponentiell gleitenden Durchschnitten handeln, würde ich da auch im Krypto-Bereich eher auf die Short-Seite gehen. DAX Long, das ist natürlich der Turnaround Tuesday, den werde ich heute auch zumachen. Hier noch die Idee, dass wir auch einen Short-Superstar heute haben werden, aufgrund des deutlichen Gaps, was wir jetzt über Nacht gesehen haben. Aber die Position ist natürlich schön gelaufen. Vielleicht schafft es nicht direkt ins Take Profit. Muss ich mal gucken. Ich werde es wahrscheinlich heute vor der FED noch schließen. Dann heiße Hexen. Muss ich auch mal gucken, wie ich damit jetzt heute umgehe. Hier auch ein schöner Profit, der draufsteht. Genau wie auf der Salzgitter. Mittlerweile auch über 18, 19 Prozent im Plus. Auch eine Position, die ich sehr gerne mag, weil die drei Daumen nach oben gehen. Dann Short-Treasuries, Short-BTPs. Das war diese Trading-Position, über die ich gerade gesprochen habe. Also auch hier die Idee, auf steigende Anleihenrenditen zu setzen und fallende Kurse dann entsprechend der Futures. Klappt ganz gut. Und dann hatte ich hier den Index-Effekt noch umgesetzt. Wollte das marktneutral machen. Und da sieht man eben auch, was passieren kann, wenn eben hier einzelne Aktien nicht so mitspielen. Also die Daimler-Trucks, die ich long habe, die an den DAX aufsteigen wird, am Freitag, genau wie die Handrufer rückt. Die hat mich ein bisschen enttäuscht. War halt ein idiosynkratisches Thema, was da in der Aktie drin war. Daimler sehr stark, aber Daimler-Trucks relativ schwach. Bin also hier in diesem Pair-Trade, wenn du so willst, das aggregiert leicht im Minus. Ist aber durchaus jetzt auch nichts Wildes. Und wie gesagt, insgesamt läuft das Trading hier sehr gut. Und natürlich dementsprechend auch der Algo-Investor. Da hatte ich ja mit Samuel zusammen das Video gemacht. Die Performance und die Idee dazu findest du im letzten Video. Ich werde dir das auch nochmal verlinken, wenn du die Idee hinter dem Algo-Investor noch nicht gesehen hast. Das ist ein Echtgeld-Account. Das siehst du hier oben. Das ist alles verifiziert. Und du siehst eben die Trades, über die ich immer spreche, die Strategien, die ich ausbilde, vor der Fed, heiße Hexen, Turn around Tuesday, alles long. Aber auch der Euro-Boost long, der ist jetzt hier auch mit 4.000 Euro minus, gehört im Trading auch dazu. Heute besonders spannend, weil jetzt hier vor der Fed sehr viele Signale drin sind. Das hatten wir so im Algo auch noch nicht. Zeigt eben auch, dass die Software sich verbessert und dass die Strategien lange Zeit mal gar nicht investiert sind. Es gibt ja immer wieder auch wirklich längere Perioden, wo nur ein, zwei Trades die Woche sind. Also nur 20% des Kapitals sozusagen ausgelastet sind. Momentan ist die Marge hier sehr gut ausgelastet, weil es eben verschiedene Strategien gibt. Euro-Boost wird dann nach der Fed heute zu Euro-Bust. Auch vor der Fed long wird hoffentlich mit Profit geschlossen. Heiße Hexen geht am Donnerstag zu. Und der Turnaround Tuesday ist jetzt nach 9 Uhr. Hab Duell auch schon geschlossen. War also hier auch wieder ein schöner Profit. Und du siehst, ich will dir einfach nur zeigen, ich handel das nicht nur diskretionär, sondern ich handel das auch im Algo. Und die Leute, die bei mir in der Ausbildung sind, die wissen ja auch genau, wovon ich spreche und finde diese Ergänzung auch ganz gut. Da wird es auch beim Community-Treffen wieder Hinweise geben. Sonntag, 9 Uhr ist es soweit. Und für die treuen Fans von meinem YouTube-Kanal habe ich unten in der Beschreibung ganz klein versteckt auch noch das Ticket für das Community-Treffen. Ein paar Gäste sind sicherlich auch gern gesehen. Das Ticket wird bis morgen Abend da live zu finden sein. Also wer möchte hier auch den kompletten Vortrag von Samuel zum Thema Algo-Investor hören, wer vielleicht auch Psychologie ein bisschen was hören will, wer zum Thema Optionen oder kurzfristiges Trading was hören will, kann sich da gerne fürs Community-Treffen anmelden. Und wer mag, darf den Kanal auch teilen und hier hoffentlich für sich spannende Informationen mitnehmen. Und hier hoffentlich auch das Ticket. Vielen Dank.